Musik Der Biosphärenpark ist Modellregion für Nachhaltigkeit und daher ist uns Nachhaltigkeit auch bei Veranstaltungen ein ganz wichtiges Anliegen. Weil das in Wien ein Riesenthema ist. Wir haben jeden Tag x Großveranstaltungen in der Stadt und wie ich damals angefangen habe, hat mich das wahnsinnig gestört, wenn man zum Beispiel in ein Fußballstadion oder auf ein Konzert gegangen ist und am Schluss sind Millionen Wegwerfbecher am Boden gelegen. Und das war sozusagen eigentlich der Anfang, wo wir gesagt haben, wir wollen ein Mehrwegbecher-System installieren. Und von dem hat sich sozusagen eine das andere ergeben und mittlerweile haben wir ein sehr umfassendes Paket, was Veranstalter in Wien alles machen müssen. Wir haben das auch gesetzlich abgesichert, dass ab einer bestimmten Größe, also ab 1000 Personen, Mehrwegbecher, Mehrwegbesteck, schauen, wo kommt der Strom her, keine Generatoren. Also mit ganz vielfältigen Maßnahmen einfach darauf achten, dass unsere Veranstaltungen wirklich ökologisch sind, weil es in der Stadt einfach so viele gibt. Wir achten zum Beispiel darauf, dass Veranstaltungsorte mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind. Im Fall vom Tag der Artenvielfalt werden etwa Linienbusse in verdichtetem Takt geführt und es werden auch zusätzliche Fahrradabstellmöglichkeiten geschaffen. Barrierefreiheit ist bei Outdoor-Veranstaltungen oft gar nicht so einfach zu erreichen. Das bedeutet, dass zum Beispiel Familien mit Kinderwegen, aber auch Rollstuhlfahrer auch zum Veranstaltungsgelände kommen. Das heißt, wenn das aufgrund der Veranstaltungsorte nicht gegeben ist, das Gelände nicht entspricht, muss man für Hilfestellungen sorgen. Müllvermeidung kann man zum Beispiel erreichen, indem man ein Geschirrmobil und Mehrwerkgeschirr einsetzt. Da gibt es sowohl in Wien als auch in Niederösterreich mittlerweile sehr gute Angebote. Bei der Kulinarik haben wir das große Glück, dass wir in beiden Ländern viele Betriebe haben, die Bio-Lebensmittel produzieren und auch einige Keterer, die diese Produkte dann veredeln. Müllvermeidung, Mülltrennung sind ganz wichtige Punkte, aber Energie sparen kann man nicht noch an den Einsatz von umweltfreundlichen Geräten, auch durch Tageslichtausnutzung und durch den Verzicht auf Outdoor-Beheizungsmöglichkeiten. Die Kommunikation ist ein wesentlicher Punkt, das heißt nicht nur gutes Tun, sondern auch darüber reden. Sowohl die Beteiligten als auch die Mitwirkenden bereits im Vorfeld darüber informieren, welche Aktionen gesetzt werden, aber auch die Besucher über die nachhaltige Ausrichtung informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017